Als kleine Zugabe, meine Damen und Herren, werde ich jetzt gerne noch das Lied vortragen, was die Teresa Unahar auch als das Ex-Lied bezeichnet. Ich muss dazu nur hier ein paar Vorstellungen einnehmen. Ich glaube, jetzt hat es schon jeder erkannt. Nee. Okay, ein bisschen zu langsam, was? Ja, das ist schon besser. Nee. Das nehmen wir auch da. Das ist gut. Drücken wir jetzt erst alles weg. So ist das gut. Okay, blöd. Okay, ich hab's gleich. So. Jetzt fangen wir doch mal vorne an. Achtung, jetzt geht's los. Ich sing jetzt nicht dazu. Okay, viel Spaß. Das ist doch, ich muss noch was sagen. Das ist jetzt der Intro. Jetzt kommt die Melodie. Achtung, ich spiel's mal langsam. Also, nee, ich kann ja nicht langsam. Muss ja jetzt. Jetzt, Achtung. Ich muss immer gucken, wann ich reinkomme hier. Blöd. Das Schöne ist, wenn man Klavier spielt, man hat einen Rhythmus. Klavierspieler können nie einen Rhythmus halten. Die können mir erzählen, was sie wollen. Die können das einfach nicht. Ja. Achtung, nochmal. Klick die mal gleich. Ja. Nehmen wir das mal als Grundmelodie. Jetzt kommt noch Begleitung. Achtung. Geil. Und jetzt nochmal. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. So, jetzt nehmen wir das zweite dazu. Achtung. Hier ist mehr Bass. Was ist immer gut, ne? Nur nochmal. Jetzt nehmen wir noch hier Korta zu. Was ist immer gut, ne? Cool, was? Schickt, aber nicht. Achtung. Jetzt fopp ich. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Was ist das? Ui, toll. Nee. Oh, so ein kleiner Layer im Hintergrund. Ist auch immer hübsch. Und ein Bass noch. Ups. Vielleicht geht's noch. Yeah, uuuh. Funky. Funky. Okay, jetzt mit zweiter Stimme. Achtung. Jetzt nur mal mit Bass. Ach, shit. Das Schwierige dabei ist, dass der Bass Nachschlag hat. Also es geht... Nee. Scheiße, ich kann's nicht. Nee, schon wieder falsch. Muss man mal kurz hören. Voll schwierig, oder? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.